hallo zusammen und hallo freunde heute mal ein ganz einfaches bild und zwar nehme ich einfach ein becher und mischen wir den machen eine weiße kleine unterlage nur eine kleine unterlage und dann lassen wir es verlaufen und eventuell mache ich ein paar punkte nur mit silikon oder cell crater ich weiß es noch nicht zeige es euch dann und den rest erkläre ich euch wenn ich das bild mache dann lasst und starten so freunde ich habe hier den becher was ich verfahren habe und zwar ultramarinblau naturgrau mal sehen wie es wird permanent gelb dunkel und reflektions pink oder neon was mir jetzt aufgefallen ist beim anmischen ich habe das immer so gemacht ich habe venükleber genommen hat die farbe rein und dann schon mal umgerührt probiert mal aus wenn ihr zu viel luftbläschen hat so wie hier jetzt bei dem pink als beispiel dann venükleber ein farbe rein und dann schon mal etwas wasser erstens mal habt ihr es leichter beim umrühren und zum zweiten gibt es weniger bläschen hat beim blauen sichtbar extrem dass das so gut wie keine bläschen sind okay dass man als kleinen tipp am rande okay ich möchte jetzt erst mal den becher ich nehme aber da trotzdem ein bisschen weiß mit rein ich möchte langsam den becher das gelb etwas hellere farbe dann das grau und dann das pink drauf jetzt nehmen wir doch noch ein bisschen weiß sicher ist sicher ich weiß nicht wie das grau rauskommt habe ich so noch nicht getestet das gleiche spiel nochmal lauf dann habe ich nein dann habe ich dann habe ich hier abgenommen dann grau dann dieses pink so und weil es so schön war nehmen wir ein schuss weiß drüber das ist der becher stelle ich mal zur seite also ich habe jetzt wie gesagt kein silikon drin machen wir jetzt eine kleine weiße schicht wie gesagt gar nicht bis zum rand es geht einfach nur damit es besser verläuft so da habe ich jetzt auch fast keine bläschen drin aber trotzdem noch mal geschwind also es ist ja gerade wichtig die bläschen dass wenn man ohne silikon macht dass man nicht so viel luftbläschen hat ganz vermeiden lässt es nicht aber man sieht es halt dann immer ein bisschen noch okay das müsste jetzt eigentlich schon reichen ich dehne mir das vielleicht noch ein bisschen aus damit ich es nachher nicht ganz so arg laufen lassen muss dann vielleicht kennt ihr vielleicht ja auch einfach ein bisschen die kanten damit es dann besser drüber läuft ok gut gut dann könnt ihr das natürlich laufen lassen wie ihr möchtet ich schwenke das mal immer ein bisschen hin und her und ich schaue mal was ich mache das pink ist eigentlich cool jetzt seht ihr das vielleicht vom becher was da kommt da gibt da halt schöne strukturen rein das wollen wir vielleicht mal ein bisschen gar nicht so viel und der seite auch so und das nochmal diagonal jetzt kommt auch das blau komischerweise vorher wenig blau jetzt noch ein bisschen mehr blau da mache ich das vielleicht hier nochmal mit dem dunklen blau und den rest der farbe verteilen wir ein bisschen je mehr struktur desto besser finde ich immer so kurz erhitzen damit wir ein bisschen die bläse noch raus geben und jetzt sage ich halt immer laufen lassen bis es einem gefällt natürlich geschmackssache aber ihr seht im prinzip ganz easy dass die äußere schicht wahrscheinlich wieder ein bisschen raus läuft ist ok aber ich gehe mir das jetzt erstmal schön auseinander dann entstehen ja auch die schöne strukturen und dann lassen wir es hier gleich mal drüber laufen wenn es nur noch ein bisschen gerettet Dressen wir wieder um, damit ihr seht. Ziehen wir das jetzt mal nochmal rein wieder. Es gibt ein recht wildes Bild, sehe ich gerade. Da sage ich halt immer, wenn es euch zu wild ist, einfach noch mehr auseinanderziehen. Damit sich das alles noch etwas dehnt. Da haben wir hier diesen weiß-blauen Streifen. Dann ziehen wir uns jetzt nochmal rüber. So, also lasse ich es gerade, haben wir den Strich hier. Cool. So, ein recht wildes Bild, wie gesagt. Hier könnt ihr dann auch noch nacharbeiten. Das probiere ich jetzt nämlich auch. Spachtel. Schauen wir mal, ob wir da auch noch was. Ganz leicht natürlich. Ganz leicht natürlich. Ansetzen. So. 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 Ich glaube noch mal ein bisschen laufen und zwar hier runter, recht schräg. Dieses gefällt mir noch nicht so ganz. Das lasse ich jetzt einfach verschwinden und ziehe es mir jetzt noch mal nach oben. So. Okay. Schöne Strukturen. Jetzt schaue ich vielleicht mal. Ob ich vielleicht vereinzelt Punkte setze mit Silikon. Oder komm ich nehme den Cell Crater, egal. Dann müssen wir auch mal schauen, ob es überhaupt funktioniert. Ich nehme jetzt den Cell Crater. Ich habe hier so einen kleinen Becher. Und. Aufbekommen muss ich ihn auch. Nehmen wir einfach hier ein paar Tropfen jetzt. 3, 3, 4. Ist egal. Hauptsache ich habe eine Flüssigkeit drin zum Aufnehmen. Und nehme hier ein kleines Stäbchen noch. Also hier habe ich so einen Schaschlik Spieß. Tunk es ein bisschen ein. Jetzt schauen wir mal, ob etwas reagiert. Jetzt schauen wir mal, ob etwas reagiert. Aber gar nicht so viel. Es soll ja nur Akzente sein. Sende setzen. Da wo es mir vielleicht von Farb nicht so gefällt. Aber wenn das nachher aufgeht. Hier wo ich es weit habe. Müsste eigentlich auch etwas funktionieren. So. Soll aber schon reichen. Also wie gesagt. Und nicht zu viel. Fertig. Okay. Das muss man noch mal kurz erhitzen. Damit reagiert das Silikon da noch ein bisschen. Die Cell Crater. weiter. Okay. Ja. Das weiß hat es natürlich sehr verschlungen wieder. Aber das passt schon. Okay. Dann würde ich sagen. Ich lasse es jetzt mal einwirken. Vor 10 Minuten wieder. Dann seht ihr einfach auch mal. Wie das noch nachgearbeitet hat. Und dann würde ich sagen. Bis gleich. Also jetzt einfach mal was anderes. Buntes Bild. Aber schöne Strukturen. Verschiedene. Okay. Dann bis gleich. So Freunde. Ich bin zurück. Jetzt hat es ein bisschen nachgearbeitet. Ich zeige euch mal das Bild von Nahem. Strukturen hat es natürlich richtig schöne gegeben. Hier in der Mitte. die Zellen. Wir haben mal ein bisschen Schimmelpilz drauf. Aber ihr seht auch wie sie noch ein bisschen nachgearbeitet haben. dann müssen wir einfach mal schauen. Wie es dann trocken aussieht. Ich denke mir wird schon richtig cool. Wenn natürlich auch das Blau und so weiter getrocknet. Ein bisschen stärker rauskommt. Aber allein von den Strukturen. Wie gesagt. Ein wildes Bild diesmal. Aber es hat was. Okay. Ich denke mal getrocknet wieder auf Instagram. Dann wird mir nicht reichen bis ich das Bild einstelle. Dass es trocknet. Und dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe euch gefällt es. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann. Bis demnächst. Tschüss.